Da hätte ich vielleicht die Taste loslassen sollen. Ja, wunderbar. So, kann man den wieder aktivieren? Nee, schade. Das sind auch noch Münzen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir uns da oben rechts hinstellen. Hallo? Warum bleibst du stehen? Das war doch mal wunderbar gepackt über die Tempten hier. Oh, nice! Okay, einholen wir in den Raum jetzt. So, jetzt müssen wir gucken, dass da unten die Tür zu ist. Hi! Ja. Lauf doch! Mach mal das anders. Geh mal von der Seite dahin. Alter! Okay, ich bin irgendwie zu spät. Durchgeglitscht. Zu früh? Ach, kann keine Arbeit werden doch. Auf! Oh, jei, jei. Ich hatte das damals anders irgendwie gemacht und da hatte ich hier, glaube ich, keinen Slick. Das war sau ätzend. Und dann musste ich das irgendwie machen, also irgendwie hinkriegen, weil die Slicks da noch standen. Ich habe es aber so hingekriegt. Unfassbar. Hier ist alles wunderbar. Das heißt, wir machen die wieder nach unten, weil ich glaube, sonst kommen wir da nicht dran. Doch. Kennen wir wohl. Aber. So, jetzt werden wir das gleiche Spielchen nochmal. Zu spät. Schnell noch runtergesprungen. Naja, das ging doch super. Ich weiß nicht, was ich da letztens für Probleme hatte. Holy. Da wurde ich fast gebrezelt, ey. So. Nummer 3 ist fertig. Jetzt kommt Nummer 4. Ein da. Schlachthaus erschallte vom grässlichen Schrein, aber Ape ging sie durch Mark und Bein. Was? Ah, yo. Das ist ja erstmal hier easy peasy. Sag ich jetzt. Die. Die. Ja. Easy peasy. Ja. Das ging ja. Ähm. Kommen wir da hin? Ich glaube schon, ne? Nicht? Oh, du sollst dich doch gar nicht da hochziehen. Ey. Das war zu früh. So. Nicht hochziehen. Matsch. Okay. Fleisch kommt da noch. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch Scraps. Jetzt weiß ich nicht. War da ne Platte? Ne, ich renne einfach. Bam, 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 bam. Oh. Hab ich gespeichert? Gut. Okay, das war gut. Das war ein guter Speicherplatz. Ach komm, Ape. Warum das denn jetzt? Warum fällst du jetzt da hin? Okay, das heißt, also was ich hier gemacht habe, ich bin abgesprungen, damit ich gegen die Wand klatsche und quasi im Runterfallen schon mal wieder aufstehe. Macht Sinn. Moment, ganz schön. So, und jetzt? Scrappy, scrap, scrap! Ah, da bist du. Ich hoffe mal, das wäre jetzt nicht blöd, dass ich hier... Wo ist denn der Hebel? Ah, okay, das macht Sinn. Okay. Ah, hier bin ich, oh Gott. Na, 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 na. Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Triffst du wieder? Nee. Komm, leg dich wieder hin. Dankeschön. Jetzt bist du am Pennen, ne? Ja. Schon mal ganz gut, dass der das nicht hört, wenn wir uns hinhängen. So, wie mache ich das jetzt? Das war gut. Noch nicht mal der Dings hat was davon mitbekommen. Das Scrappy, so gut war ich. Okay. Hei, hei, hei. Okay, ein Pyramide. Ähm. Ach, genau. Okay. Kommst erst mal mit hier. So, damit wir hier das hier machen können. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür wir das gemacht haben, aber es wird schon seinen Sinn gehabt haben. Okay, da sind zwei. Aber gut, dass die erst mal gefaucht haben. So, Fleisch. Äh, erst mal speichern. Die Ruhe selbst, ne? So, Fleisch. Äh. Ich glaube, das ist für dich schon zu nah, ne? Ähm. Der wollte einfach den Hebel nicht ziehen. Raster aus, ey. Was ist denn dein scheiß Problem, Alter? Achso. Ja, okay. Das sollte eigentlich davon kaputt gehen. Ah, ich kriege jetzt gar kein Fleisch mehr von der Seite. Na toll. Ähm, was jetzt? Achso. Na gut, das ist ja machbar. Bitteschön. Hahaha. Ich weiß gar nicht, ob das so gedacht war. Fleisch. So, was ist hier? Ich hab irgendwie das Gefühl, wenn ich hier unten dran ziehe, dass hier irgendwas kommt. Ja, aber das ist machbar. Ja, wie das machbar ist. Ich find das mit diesen, mit diesen Fleischdingern echt schwierig hier. Also allgemein in New Antacy. Zu früh. Ja, wunderbar. Hab ich Fleisch mitgenommen? Ja, supi. So, was ist hier? Ja. Nichts. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Elbs Nerven lagen schon ziemlich blank, doch er suchte weiter nach Elf. Elf! Elf und... Huch! Elf und sein irgendwas. Äh. Ah, okay. Äh. Ich steh da nicht besonders geil, aber gut. Wo kommen die zuerst? Links oder rechts? Also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt kommt die mal von links und rechts und wir müssen hier den Ape beschützen. Das Gute ist, von links Sehen mich die Slicks nicht direkt, weil ich ein bisschen weiter rechts von der Mitte stehe. Oh, da hab ich mich selbst getötet. War's das? Ich glaub, das war's. Cool. Gehen wir hier erstmal weiter mit dem. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Abgesehen von der Tür. Okay, was haben wir denn da oben? Auf jeden Fall Ape, Wanted, Gedöns. Oben links ist das Bild aus dem letzten Zulag. Das zweite weiß ich nicht. Nicht. Access denied. Dann das zweite Bild... Ne, das erste Bild in der Mitte ist... Vor... 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 Dem... Ist das da? Oh, ich glaub schon. Vor diesem einen Raum. Ähm... Vor dem... Dem Konferenzraum. Die letzten drei Mudaken da. Wo, äh... Ape sich warum auch immer meint, eine Mine drücken zu müssen und die dann auch explodiert ist, obwohl da gar keine war. Dann... Das in der Mitte ist... Ähm... Ähm... Ja, der ganz... Das ist ganz am Anfang. Mit den zwei, beziehungsweise einen Mine. Dann... Kommt... Das dritte Bild. In der zweiten Reihe. Da ist der Vault, glaub ich. Oder das Vault. Dann unten links... Ist auch wieder dieses... Eine... Gedöns von dem letzten Zulag. Dann... Unten in der Mitte... Ist der Geheimgang vor... Der ersten Cutscene. Also bevor man rauskommt. Und... Und der letzte kann ich nicht erkennen, weil er zu klein ist. Ja. Jetzt musste ich gerade mal so... Mein... Mein... Mein Wissen von Maps mal widerspiegeln. Und beweisen. Ja. Aber falls ihr das erkannt habt, was das unten rechts ist, dann könnt ihr mir das gerne sagen. So.